ach ja sollen sollten wir auch mal wieder was für welche sind das so machen und es ist gerade ein angriff das ist nicht gut ist aber nur ein kleiner angriff auch angriff da oben auch sehr großer angriff da oben achtung meine güte okay die haben wir jetzt die defense da kaputt da kommt noch ein normal großer glaube ich da haben sie mir den eroberungs stein weg gehauen okay okay so weg mit dir so und jetzt zieht euch erstmal wieder zurück außer dir vielleicht ja gut er kann das ancaptured irgendwie aufhalten mein problem ist was ich gerade nicht habe ist noch so ein die landes teil ja muss ich erst ein eroberer herstellen das kostet mich wieder ziemlich viel materialien zeitgleich muss ich die kaputten mal an hier ersetzen jetzt hatte ich so wie hier wo ich eine ordentlich hohe mauer gebaut habe so da in die ecke wobei druck löschen ich hätte das gerne als neuen bauauftrag und hätte gerne dich für den bauauftrag den lösche ich mal wenn sie wirklich mal ein loch da rein schlagen naja da ist es so gut dass ja 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 Und ja, vielleicht müsste ich wirklich hier mal ein paar Lager hinbauen. Man sieht ja, Logistik ist auch nicht gerade die Stärke in dem Spiel. Man sieht ja, Logistik ist auch nicht gerade die Stärke in dem Spiel. Hm. So, der Bauauftrag ist abgeschlossen, also kann auch gelöscht werden. Das hoffe ich eigentlich gerade, dass ich den Kristall jetzt wieder einnehme. Gut, schicken wir dich erstmal zurück zu den anderen. Da sehe ich das hier, können wir abreißen, den Bauauftrag. Dem da können wir auf 0 und den auf 2 setzen. Okay. 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 Ja, oh, da geht abbauen, gut. Ach, einfach wahrscheinlich, weil ich gerade keine Energie brauche, kann ich auch den Punkt nicht richtig einnehmen. Ich glaube, aus dem Tunnel schmeiße ich den Punkt weg. Da soll ich den Stein raus. Da soll sie ja dem Tunnel nur noch nach Erzengraben. Mit? Ja. Ja. Du hast dich auch den Punkt weg. der bringt eisen gut ja die buddeln sich da jetzt durch und finden saumäßig viel rohstoffe nehme ich eigentlich fast gar nichts so jetzt kann ich steine wieder ausstellen man sagt mein bauauftrag und die sind hier ziemlich fertig das ist gut dass man sich den turm noch anpassen hier und auf die turmplattformen ellnuten sitzen hätten wir vielleicht gleich wieder angegriffen werde ich das mache so treibt sich dabei dem stein einer rum oder sieht das nur so aus ich kann nicht finden was ich brauche da ist genug stein doch das so da hat einer tatsächlich einen haufen schwefel gefunden so sorgen wir mal für ein bisschen mehr tunnel grabfläche da würde ich sagen speichern wir jetzt hier erst einmal einfach wieder über das lp-003 drüber weil das ja der save für die eroberung ist dann warten wir und hoffen dass sich das spiel nicht aufhängt so wir sind schon insgesamt ne der timer hängt das ist doof und es kommt gleich ein angriff auch noch gut den angriff können wir das nächste mal auch noch mal gleich abwehren aber jetzt mache ich erst mal einen cut also bis gleich bis gleich